Hallihallo, eine weitere Episode meines Neuronalen Netze Tutorials. In dieser Episode gucken wir uns einen kleinen Fehler an, den ich leider einprogrammiert habe. In der Theorie stimmt alles, soweit ich das nochmal nachvollziehen konnte. In den ganzen Folien, also die Formeln und so weiter und so fort, die stimmen. Aber bei der Implementation, da ist mir ein kleines Missgeschick passiert und ich widme dem Ganzen jetzt einfach mal eine eigene Episode, ohne es in eine andere Episode reinzumachen, weil ich das ganz interessant finde, nochmal zu betonen, wie schnell da sich ein Fehler einschleichen kann, denn solche Neuronalen Netze, die sind natürlich ein hochkomplexes Thema. So und ihr sollt selber herausfinden, wo der Fehler ist. Ich zeige Ihnen, wo er circa ist und zwar innerhalb von dieser Methode. Und ich mache es euch sogar noch leichter. Und zwar zeige ich euch hier die Formel, wie es sein soll. Also diese Formel, die ist hier korrekt. Aber innerhalb von dieser Funktion, innerhalb von dieser Methode hier, habe ich sie fehlerhaft implementiert. Und ich würde euch jetzt raten, einfach mal kurz das Video zu pausieren und selber nachzugucken, wo ist der Fehler. Da lernt ihr selber auch nochmal auf jeden Fall solche Formeln zu lesen. Und wenn ihr auch mal von diesen Videos hier weggeht und in der Literatur guckt, dann habt ihr immer solche Formeln vor euch. Und dann müsst ihr eben mit denen irgendwie arbeiten können. Deswegen, wie gesagt, pausiert kurz das Video und guckt euch das nochmal ganz genau an. So, ich denke mal, dass der ein oder andere das jetzt vielleicht schon bemerkt hat. Und zwar ist der Fehler, sonst hätte ich ja die Formel hier nicht gezeigt, in Zeile 31. Genau das, da wo das Big Delta ausgerechnet wird. Und zwar ist das Problem nicht beim Epsilon, es ist auch nicht beim Small Delta, sondern hier hinten, wo wir den Value von einer Connection holen. Und da sage ich auch schon direkt den Fehler. Wir holen uns den Value von einer Connection, so wie das hier implementiert ist. Aber wenn wir uns hier nochmal die Formel angucken, dann ist das hier der Value von einem Neuron, der Aktivierungswert, der Aktivierungslevel von einem jeweiligen Neuron. Nicht nur von einer einzelnen Connection, sondern von diesem kompletten Neuron. Und das ist hier das Problem. Wir holen hier also den falschen Wert sozusagen. Leider können wir momentan, so wie es gerade implementiert ist in der Connection, uns das Neuron nicht direkt holen. Das machen wir aber einfach mal noch zusätzlich. Public Neuron, Get Neuron zum Beispiel. Und da returnen wir, wenn man mal mit anderen IDEs arbeitet, dann, naja, kommt man nicht mehr so ganz klar, wann die IDE Klammern setzt. Okay, aber wir returnen hier ein Neuron auf die Art und Weise und sagen dann hier Connections.get an der Stelle i.get Neuron. Und dadurch wird dieses Wert, dieser Aktivierungslevel, wird nicht mehr verfälscht durch das jeweilige Gewicht von der jeweiligen Connection. Das ist auch der Grund übrigens, warum das Ganze trotzdem einigermaßen funktioniert hat. Das ist zwar ein Fehler, so wie ich es bisher gemacht habe, aber es hat ja immerhin circa ein bisschen unterhalb der 70 Prozent richtig klassifiziert. Also es war nicht komplett falsch. Das liegt daran, dass da eben noch ein Faktor draufgekommen ist von dem Gewicht von der jeweiligen Connection, so wie ich es bisher implementiert hatte. Und das ist eben, wie gesagt, ein Fehler gewesen. So, und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausführen, dann sollten wir sehen, dass das Ganze gleich viel besser wird hier direkt in der zweiten Epoche. Also wenn man einmal durch alle Bilder durchgegangen ist, dann nennt man das übrigens Epoche. Ich weiß nicht genau, ob ich das schon erwähnt habe. Schon in der ersten Epoche sind wir auf über 70 Prozent gekommen, auf 74 Prozent. Also nochmal deutlich besser, als wir bisher schon das Ganze hatten. Und das Ganze wird auch momentan, also es kann noch besser werden. Das habe ich schon im Vorfeld ein bisschen noch umprobiert. Wenn ich zum Beispiel das Epsilon einfach mal zehnmal kleiner mache, dann ist er am Anfang natürlich entsprechend langsamer. Kommt am Ende dann aber auch vermutlich bis auf die 80 Prozent und vielleicht auch schon drüber über die 80 Prozent. Jawohl, da sind wir gleich dran. Genau, 80 Prozent richtig klassifiziert von den ganzen Digits. Und das ist wirklich nur ein ganz, ganz einfaches neuronales Netz. Das ist wirklich nur eine Inputschicht und eine Outputschicht. Da sind noch nicht irgendwie über Backpropagation irgendwelche Hidden Schichten oder so berechnet worden. Aber selbst so ein einfaches neuronales Netz kommt hier immerhin schon mal auf 82 Prozent. 82, vielleicht schafft es noch die 83. Ja, 83 Prozent. Und es steigt sogar immer noch. Da warten wir jetzt aber mal nicht, was da das finale Ergebnis tatsächlich ist. Genau, das wäre es schon wieder zu dieser Episode und zu diesem kleinen Bugfix. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Ich hoffe, ihr habt da jetzt was mitnehmen können, wie man so eine Formel lesen kann. Übrigens, falls ihr mit dieser Formel nicht mehr direkt was anfangen hättet können, hättet ihr euch trotzdem erinnern können, okay, das hier ist offensichtlich eine Gewichtsänderung zwischen zwei Neuronen I und K. Also I und K sind zwei Neuronen, das heißt AK, dieses K, das muss ein Neuron sein. Das ist keine Connection. Das ist nicht selber ein Gewicht, sondern das hier ist in dem Fall dann entsprechend ein Neuron. Gut, das war es soweit. Bis zum nächsten Mal.